Grüß euch ihr Lieben, wir schauen uns heute eine Tageskarte an und zwar aus diesem wundervollen Lightseer's Tarot Deck. Ich möchte mal sehen, was da rauskommt für uns. Wir haben die Stärke, die Karte des Löwen. Ja, wer von euch Löwe im Sternzeichen ist, wird dadurch sehr gepusht. Ja, also das ist eine Karte, die euch sozusagen antreibt, die euch Energie gibt. Ihr habt Rückenwind. Was ich aber heute unbedingt erwähnen will, ist, es kommt eine sehr starke Energie durch von Grenzen setzen. Ich möchte euch dazu was erzählen, was mir gerade passiert ist kürzlich. Ich habe einen Menschen kennengelernt, eine Dame auf Telegram und ich habe mit ihr so ein bisschen hin und her gechattet. Und in den zwei Tagen, in denen wir gechattet haben, hat sie mir 15 Video-Links geschickt. Und ich habe ja sowieso nicht die geringste Zeit, irgendwas davon anzuschauen, ja, weil ich habe einen sehr gepackten Tag. Und irgendwann ist es mir dann zu bunt geworden und ich habe ihr geschrieben, bitte versucht doch das Video-Schicken auf eines pro Monat zu beschränken, weil 15 in zwei Tagen ist einfach zu viel für mich gewesen. Und ihr müsst bitte ganz genau darauf schauen, wenn ihr jemandem so eine höfliche, freundliche Grenze setzt, wie der dann reagiert. Wenn dieser Mensch respektlos reagiert und eure Grenze nicht achtet, sofort diesen Menschen aus eurem Leben entfernen, bitte. Diese Frau hat zurückgeschrieben, Trigger. Und dann habe ich ihr geschrieben, du meinst, du bist getriggert dadurch, dass ich dir eine Grenze gesetzt habe. Naja, das kann vorkommen, ja. Dann hat sie geschrieben, Hochmut kommt vor dem Fall, du regst dich auf wegen einem Video. Und ich habe dann zurückgescrollt und habe die Videos durchgezählt. Es waren tatsächlich 15 Videos, die sie mir geschickt hat. Nicht eines, 15. Ich habe ihr im Gegenzug eins geschickt. Eines, ja. Sie mir 15. Das heißt, man sieht ganz, ganz deutlich, wer da wen zugespampt hat, ja. Und ich habe dann gedacht, eigentlich ist es nicht einmal eine Antwort wert, sondern einfach nur blockieren. Weil, wenn jemand auf das, dass ihr höflich und freundlich eine Grenze setzt mit so einer Beleidigung, Herabwürdigung, also sprich Respektlosigkeit im weitesten Sinne reagiert, der hat in eurem Leben nichts verloren. Der ist nicht auf eurem Level, der hat nicht euer spirituelles Wachstum und eure Größe. Was soll sich denn bitte der Löwe mit der Mücke anfreunden, ja. Da sind wir wieder beim Löwen, ja. Was soll sich der Löwe mit der Mücke anfreunden? Es hat keinen Sinn, ja. Der Löwe muss sich einen Löwen suchen. Ihr braucht ein Gegenüber, das euch gewachsen ist, auch im spirituellen Sinne. Das packt, wenn ihr eine ganz normale, freundliche Grenze setzt, okay. Soviel zum Tage. Ich wünsche euch ein schönes Tag und bis bald. Tschüss.